Bitte rufen Sie uns an und lassen Sie sich das von uns schicken im Original als Doc-Datei, die Sie dann selbst bearbeiten könnten. Das ist unser Geschenk an alle Parteien, weil wir müssen wegkommen von der Einseitigkeit. Sie sehen jetzt zum Beispiel hier hat der Wähler beim ersten Volksentscheid nach der Wahl, also das Ziel sollte sein, nicht mehr ein einseitiges Wahlprogramm zu schreiben und damit der Entscheidung der WählerInnen irgendwie willkürlich vorzugreifen, sondern den Wählern. Also die Partei sammelt die verschiedenen unterschiedlichen Reformkonzepte zu einem Bereich, die Vorschläge, die sogenannten Vorschläge 1, 2, 3, 4, 5 und dann dürfen die WählerInnen im ersten Volksentscheid nach der Wahl wählen, was sie umgesetzt wissen möchten sozusagen und das ist die Zukunft der Politik aus unserer Sicht. Ja, echte Basisdemokratie, ja. Und bitte, Sie können jetzt dieses Video ständig anhalten und dann immer die einzelnen Teile lesen. Ich gehe sie ziemlich zügig durch. Ja, Sie, hier können Sie zum Beispiel Gesundheitsreformen immer anhalten und lesen. Presse, Radio und Fernsehreformen, hier nur drei Vorschläge. Es müssen ja nicht fünf sein oder sieben, sondern es ist so viel, wie halt da sind, wie im, äh, unterschiedliche Konzepte, wie, wie viele halt da sind in der Welt. Und daraus besteht die Aufgabe einer zukünftigen guten Partei. Hier Kinderkrippen und Kindergärten, bisher nur zwei Vorschläge. Arbeiten Sie dran, da gibt es bestimmt noch mehr Vorschläge. Links immer die vom Weltrat, beziehungsweise Next Scientists for Future. Und, ja, was haben wir hier noch? Wirtschaft, Handel, Mittelstand. Das war dieser Fünferblock, der ist hier in zwei Seiten aufgeteilt. Dann haben wir hier Vorschlag 1, 2, 3. Okay, sozusagen, ja, alles lesen und da, hier beginnt echte Demokratisierung. Ja, das ist der neue erste Punkt einer fünfgliedrigen Machtbegrenzungs- oder Demokratisierungskette. Umweltschutz und Klimaschutz, zwei Vorschläge bisher nur. Und dann haben wir hier glücklicheres Leben, so, äh, Frage, wie weit sich aus Hausarztgesundheitskommunen sozusagen auch dann wieder mehr Generationenwohngemeinschaften und, äh, quasi die Grundkrankheit, also die Ursache aller Krankheiten, die Einsamkeit, Einsamkeit als Ursache für Suchterkrankungen, für Suchtverhalten und, 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 eben abgebaut wird. Menschen wieder glücklich leben dürfen. Ja, so, ökologische Landwirtschaft, hier nur drei Vorschläge, es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Ja, äh, und dann hier, da sieht man, wie die Gesundheitsreform bei den Wählern abschneidet, bei dieser Petition. Da sieht man, dass diese 56 Prozent für die, äh, für den Weltrat eben hier, dass die jederzeit möglich sind, weil die Reaktion auf die Gesundheitsreform ist wieder gewaltig positiv, ja. Ja, hier, ich lese nur einen Ansatz vor, hier, äh, da unten steht es, das ist der wahre Ansatz, dem ist nichts hinzuzufügen. 60 ähnliche Kommentare in diesem Tenor, das ist der wahre Ansatz, lesen Sie. Okay, so, Sie können einiges lesen, noch mal ein bisschen größer das Ganze, da können Sie alles noch mal ein bisschen größer lesen. So, dann ist das das Konkurrierende, das hat, glaube ich, bis jetzt 25 Unterschriften, also 201 zu 25 Unterschriften, das ist jetzt ein normales Parteikonzept sozusagen und hat bis jetzt nur zwei, das hat also mittlerweile 25 Unterstützer und vielleicht, äh, immer noch zwei, äh, positive Kommentare gegenüber 60 positiven Kommentaren, ja, das ist also der Text dieser Reform hier. So, ja, das war's, also, das war's, ja, Tschüssi, das, lassen Sie sich das von uns schicken, im Original, diesen Volksentscheid, Volksentscheid, das Volksentscheid-Wahlprogramm als die Grundbasis jeder zukünftigen Partei, die es mit echter Demokratie ernst meint. Tschüssi.